Dieses Video wird unterstützt von BenQ Weed und zwar die E-Reading Leuchte der neuen Generation. Als Illustratorin durfte ich die Lampe von BenQ schon testen und bin ganz begeistert. Ich arbeite mittlerweile zu 90% digital an meinem Tablet oder PC. Die Lampe ist flimmerfrei, reduziert Spiegelung und ist dafür gemacht die Augen bei Bildschirmarbeiten zu schonen. Durch den 90 cm langen Leuchtbereich wird der Arbeitsplatz optimal ausgeleuchtet. Eine intelligente Steuerung passt die Helligkeit an die Umgebung ganz einfach an. Aber auch mit dem Drehknopf ist die Farbtemperatur und Helligkeit ganz flexibel selbst einstellbar. Auch die Höhe und der Winkel ist bei Bedarf änderbar. Für mich ist die BenQ Weed E-Reading Leuchte mittlerweile an dunklen Tagen ein absolutes Muss und besser als jede herkömmliche Tischleuchte. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute wird es digital und zwar arbeiten wir auf dem Apple iPad Pro mit der Procreate App. Und zwar zeige ich euch, wie wir mehrere Brushes in Procreate ganz einfach importieren können. Bevor ich mehrere Brushes zeige, möchte ich ganz gerne noch einmal ganz kurz den Weg zeigen, wie wir ein Brush in Procreate importieren. Und zwar benutze ich dafür meine Dropbox, die öffne ich einfach, die App und dann suche ich mir meinen Brush Ordner ganz einfach aus. Die Brushes müssen schon entzippt sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich die hier schon in meinem Ordner drin. Da sind jetzt ganz viele auf einmal und wer das noch nicht kennt, wie man mehrere Brushes installiert, der müsste jetzt quasi jeden einzeln importieren. Dafür klicke ich einfach drauf und der lädt ihn dann quasi runter. Tippe dann rechts oben auf meine drei Punkte, gehe auf Exportieren, Öffnen, In und dann einfach Procreate. Und dann hat er die quasi direkt automatisch importiert, den einzelnen Brush. Und den findet man dann unter Importiert. Ganz, ganz einfach und easy. Wenn wir mehrere Brushes installieren wollen, ist es wichtig, dass wir die Dateien-App runtergeladen haben. Also auf dem iPad Pro müssen wir die Dateien-App haben. Und die liegt bei mir hier direkt neben der Procreate-App. Und die öffne ich einmal und schließe sie dann einfach wieder, indem ich auf den Home-Button drücke und öffne dann Procreate. Und dann ziehe ich mit dem Finger die Menüleiste nach oben. Das kann manchmal ein bisschen tricky sein, manchmal kommt da nur so ein Pfeil. Also das hatte ich schon ganz häufig. Dann einfach nochmal probieren. Und dann liegt da meine Dateien-App. Dann klicke ich drauf und dann kommt dieses Slider-Feld. Und diesen Slider ziehe ich dann mit dem Finger auf die linke Seite und kann mir dann in dem Slider quasi aus meiner Dropbox meinen Procreate Brush Ordner raussuchen. Da, wo ich meine Brushes alle schon entpackt liegen habe, klicke auf meinen Ordner. Jetzt ist es wichtig, dass ich eine neue Pinselsammlung öffne. Die nenne ich jetzt einfach Neu. Die klicke ich an. Die muss ausgewählt sein. Das heißt, es muss blau leuchten. Klicke dann in meinem Slider. Auswählen alles. Und ziehe dann alle markierten Brushes rüber in das ausgewählte Pinselfeld. Und dann werden alle Brushes ganz automatisch rübergezogen. Das dauert dann einfach ein bisschen, ehe alle aktualisiert werden, importiert werden. Man kann dann aber hier schon sehen, dass er nacheinander alle reingeladen hat. Dann drücke ich einfach auch fertig und ziehe mit dem Finger ganz nach rechts meinen Slider wieder rüber und ist dann quasi aus meinem Blickfeld raus. In der Zwischenzeit warte ich dann, dass meine Brushes alle geladen haben und kann sie dann direkt verwenden. Ja, also total easy einfach. Man muss nur wissen, wie es geht zum einen. Zum anderen aber auch ist es ein bisschen tricky, mit dem Finger manchmal das so hochzuziehen. Also manchmal taucht dann halt der Slider nicht wirklich auf unten, dass ich den dann rüberziehen kann. Und ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall weitergeholfen, um wirklich direkt mehrere Brushes im Procreate zu importieren. Ich verabschiede mich dann erstmal und sage bis dahin Tschüss und auf Wiedersehen.